Wenn es dir so geht wie mir und du willst dich gesund ernähren, kennst du sicher die Schwierigkeiten, so auf die Schnelle etwas zu finden, was du bedenkenlos snacken kannst. Vor allem, wenn ich mit bohrendem Hunger im Laden stehe, fällt es mir schwer, die richtige Wahl zu treffen. Darum habe ich mir das mal im satten Zustand überlegt und im Voraus festgelegt. Und nein, die Spontanität beim Einkaufen geht überhaupt nicht verloren. Du kannst ja jederzeit von deinem Plan abweichen, wenn du vor etwas Idealem stehst. Aber glaub mir, so ein Plan erleichtert dir das Leben ungemein. Ich bin Grazia Marchese, Gründerin von Success is your destiny und Autorin von Götter in der Pubertät, der Mensch auf dem Spielfeld Erde. Falls du dir jetzt überlegst, warum ich über Ernährung spreche statt über Erfolg, kann ich dir versichern, diese Ernährung ist gedacht als Bühne für deinen Erfolg. Nur wenn du deinen Körper mit einbeziehst, hast du eine sichere Basis, um deinen Erfolg auch zu leben. Egal was du für dein Ziel hast, dein Körper trägt dich hin. Und deine Ernährung befähigt ihn dazu. Kommen wir doch gleich zu meinem ersten Tipp. Geh nie hungrig und ohne Einkaufsliste einkaufen. Das ist die Grundlage für jeden gesunden Einkauf. Du kannst dir sicher vorstellen, was sonst geschieht. Richtig. Statt mit dem nach Hause zu kommen, was du gerne essen möchtest, kehrst du mit einem Haufen unnatürlicher Nahrungsmittel zurück, die voller Zusatzstoffe und Zucker stecken. Und an denen sie viel verdient haben, dein Körper aber nichts davon hat. So hast du jedenfalls nur einen Haufen Geld ausgegeben, für ungesundes Zeug, das du nach dem ersten Bissen am liebsten fortwerfen würdest. Das lässt sich aber mit einer klaren Einkaufsliste sauber lösen. Und die schont erst noch dein Budget. Was soll jetzt aber auf diese Einkaufsliste drauf? Zuerst kommt natürlich der Klassiker, Nüsse. Nüsse in allen Variationen, ausser Erdnüsse. Aber sonst jede Nuss, die du magst und die du gut verträgst. Denk dabei auch an die Kokosnuss. Du findest leckere, getrocknete Kokoschnitze. Nüsse stellen eine geballte Energieladung dar, weil sie sowohl hochwertige Fettsäuren wie auch Aminosäuren und Mineralien enthalten. Zudem sättigen sie langanhaltend, ohne zu belasten. Früchte sind auch eine wunderbare Energiequelle. Oder wären es zumindest, wenn wir sie reif essen würden. Leider werden die meisten Früchte unreif geerntet, damit sie überhaupt den Transport überleben. Achte daher bei deinem Früchteeinkauf auf Qualität und Herkunft der Früchte. Antoine de Saint-Exupery hat in seinem Buch Der kleine Prinz geschrieben Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Bei den Früchten gilt dieser weise Satz eins zu eins. Hör auf deine innere Stimme beim Kauf und lass dich nicht vom Preis überzeugen. Hier geht es um Qualität, nicht darum ein Schnäppchen zu machen. Wenn du über ein kleines Budget verfügst, kauf lieber etwas weniger, dafür von hoher Qualität. Und wenn dein Körper in Topform ist, wirst du das an den Arztkosten locker einsparen. Jede Variante deiner Zukunft existiert bereits. Wähle diejenige, die du erleben willst. Die Frage ist jetzt, welche Variante wählst du? Wie viel bist du dir selber wert? Und wie sehr glaubst du an dich? Das alles hat einen Einfluss auf deinen Wocheneinkauf und auf deinen Erfolg. Gönnst du dir gesundes Bio? Glaub mir, du bist es wert. Versuche, wenn immer möglich, dich biologisch zu ernähren. Für dich und für unseren Planeten. Trockenfrüchte gelten auch als gesunder Snack. Aber sind sie es auch? Das kommt darauf an, welche Früchte, wie viele und in welcher Qualität. Bio oder geschwefelt? Trockenfrüchte trocknen zudem laut der chinesischen Ernährungslehre die Magensäfte aus. Das heisst, entweder du isst sehr wenig davon und kaust jeden Bissen gründlich oder du weichst sie über Nacht ein. In beiden Fällen solltest du es mengenmässig nicht übertreiben, da sie sonst einen Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben. Und diese Schwankungen wirken sich negativ auf die Gesundheit deines Gehirns aus. Stattdessen könntest du dir noch salzige Snacks besorgen. Tortilla-Chips zum Beispiel. Allerdings nur in Bio-Qualität. Denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Mais, aus dem sie gemacht sind, genmanipuliert wurde. Und vom genmanipulierten, egal was, lassen wir lieber die Finger. Ich hoffe, ich konnte dir einige Ideen vermitteln für gesunde Snacks und worauf du deiner Gesundheit zuliebe achten kannst. Wenn du mehr über Ernährung wissen möchtest, empfehle ich dir mein Webinar. Ernährung für mentale und körperliche Gesundheit. Die Basis von Erfolg und Glück. Es findet schon dieses Wochenende statt. Den Link dazu findest du in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere doch unseren Kanal. Und jetzt, Kirche einkaufen! Und jetzt,